Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 28.800 US-Dollars. Hat sich weiterhin wenig getan. Deswegen heute mal ein anderes Layout. Heute gucken wir uns zugleich auch nochmal die Aktienmärkte noch ein bisschen dazu an. Also S&P 500, Nasdaq und sowas. Seht ihr ganz gut. Deswegen habe ich heute mal zwei Charts offen. Einfach mal was Neues ausprobieren. Vor allem in der Marktlage vielleicht auch mal ein bisschen auf die Aktienmärkte zu gucken. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn euch das Video interessiert, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal. Wenn ihr Bock habt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt oder das öfters mal einfach mal sowas angucken. Gerne unten mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch interessant ist. Ansonsten kann man es auch wieder sein lassen. Und vielleicht werde ich am Wochenende noch ein kleines Altcoin-Update-Video geben. Beziehungsweise welche Altcoins sind jetzt für mich vor allem interessant jetzt in der Phase. Beziehungsweise wann werde ich überhaupt nachkaufen. Vielleicht kommt es die Woche oder nächste Woche. Momentan auf jeden Fall kaufe ich wirklich noch nichts wirklich nach. Klar, die Sparpläne laufen, habe ich im Livestream schon gesagt. Ansonsten erstmal Seitenlinie. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, Bitcoin momentan 28.800 US-Dollar. Hier hat sich eigentlich wenig getan. Wir sind hier momentan ziemlich am Yearly Open, wo wir momentan ein bisschen rumtraden. Aber auch hier keine wirklichen neuen Impulse, die wir hier sehen. Es hat sich wenig getan. Auch auf den kleineren Timeframs, was wir schon die ganze Zeit drüber besprechen. Weiterhin gehe ich davon aus, dass dieser WIG erstmal noch gefüllt wird bis 24.000, 25.000 US-Dollar. Vorher bin ich weiterhin vorsichtig. Deswegen jetzt mal der Blick auf den Nasdaq zum Beispiel. Hier habe ich euch ja gestern in der Telegram-Gruppe schon mal ein kleines Update gegeben. Wir korrelieren weniger mit den Aktienmärkten. Das sehen wir hier ganz gut. Wir hatten hier einen schönen doppelten Boden gebildet. Beim Nasdaq mit einem schönen Bullish Divergence auch noch ein tieferes Tief gebildet. Das ist eigentlich das, was wir auch bei Bitcoin dann sehen möchten. Das heißt, auch hier, um es mal ganz kurz ein bisschen einzuzeichnen, wo machen wir es, so, dass wir hier einfach nochmal runtergehen, doppelten Boden bilden, mit einer Bullish Divergence auf ein Daily, vielleicht sogar auf ein Weekly, Lower Low und dann wirklich hier eine Trendwende ansetzen. Und genau das sehen wir hier momentan wirklich beim Nasdaq. Wir haben zwar hier noch die Daily E-Mail Ribbons als Widerstand. Wir haben auch hier so ein kleines CME-Gub gebildet bei 12.400 bis ungefähr 12.280 US-Dollar. Das wird wahrscheinlich nochmal gefüllt. Jetzt aber nochmal ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, tun wir mal ganz kurz diesen Indikator hier dazu. Das ist Traders Realty, nutze ich ab und zu mal. Auf jeden Fall haben wir da schon mal drüber gesprochen. Wir hatten hier den Corona-Crash im März 2020. Der 800er MA auf dem Daily Chats war hier Support. Wir hatten hier im Januar 2019 auch dicken, dicken Support hier an dieser Linie. Klar, wir hatten hier ein kleines Fake-Out. Und im Endeffekt sehen wir genau das gleiche jetzt auch hier. Wir hatten dieses Fake-Out, sind ein bisschen rumgedümbelt und hatten jetzt hier wirklich diesen Rebounds bzw. diese kleine Trendwende. Und wenn wir hier dieses Fractal einfach mal ziehen würden, also von hier, von dieser Korrektur beim Corona-Dump und legen es einfach hier drüber, hätten wir eigentlich jetzt genau dieses Fractal 1 zu 1 ausgespielt. Also wir haben den Corona-Crash 1 zu 1 nochmal nachgespielt. Auch von der Korrektur mäßig, gehen wir jetzt einfach mal vom höchsten Punkt, hatten wir damals 30% Korrektur. Gehen wir jetzt einfach mal von hier aus, von unserem höchsten Punkt ungefähr circa, hatten wir hier sogar auch 31% Korrektur. Das heißt, wir hatten wirklich 1 zu 1 fast den Corona-Crash wiederholt mit der gleichen Marktlage. Klar, wir hatten hier nochmal so einen kleinen Rebounds gehabt. Den hatten wir hier eher weniger, wobei das sich hier ein bisschen länger gezogen hat. Trotzdem vom Corona-mäßig sind wir 1 zu 1 mit der gleichen Korrektur, 800 mA daily, gleiche Korrektur, gleiches Fractal. Theoretisch könnten wir hier wirklich den Boden erstmal gefunden haben. Corona lässt nach, klar, wir wissen nicht, was Lockdowns und sowas noch in China und sowas bedeutet. Ansonsten sieht es erst einmal gut aus. Klar, die Zinserhöhungen spielen natürlich da auch noch mit, die jetzt wieder angekündigt wurden, teilweise sogar um 0,5 Basispunkte. Ist aber noch nicht durch, kommt dann im Juni wieder was. Deswegen, wir dürften noch nicht zu voreilig sein. Nein, trotzdem könnten wir überall jetzt langsam so eine Art von Erholung sehen. Die ganzen Indizes, auch Aktien mit Amazon, Paypal und so sind teilweise unter Vorkrisenniveau, das heißt vor Corona-Niveau. Deswegen meine Aktiensparpläne, um mal ein bisschen aufs Thema Aktien zu kommen, laufen weiterhin weiter. Vor allem Amazon fange ich jetzt langsam an zu akkumulieren, habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Das ist jetzt zum Beispiel ein so ein Punkt, wo ich sage, okay, mit Cloud und sowas, das hat Zukunft. Amazon nutzt jeder. Deswegen fange ich hier an, auch meine Sparpläne weiter zu erholen und die laufen auch weiter. Trotzdem weiterhin vorsichtig im Markt. Wir haben auch hier schöne Unterstützung. Im Endeffekt sehen wir hier auch ganz gut dieser Bereich hier unten. Hatten wir ein bisschen viel Support, beziehungsweise sind hier viel rumgetradet. Deswegen auch der Bounce, Daily Bullish Divergence etc. pp. Jetzt schauen wir uns dazu mal den S&P 500 an. Hier hatten wir eine 21% Korrektur. Zum Corona-Crash sehen wir hier weniger Fractal-mäßig, sage ich mal. Also hier hatten wir wirklich dieses V-Shape Recovery. Wir hatten auch hier eine 35% Korrektur im S&P. Mittlerweile hatten wir nur eine 20% Korrektur. Wir sind hier deutlich unter den 800er Daily MA gefallen. Hier haben wir ihn nicht mal berührt. Das heißt, ich bin deswegen auch noch ein bisschen vorsichtiger. Klar, Nasdaq hat seine Korrektur jetzt anscheinend hinter sich. Trotzdem, S&P ist auch großer Index, die 500 größten Firmen. Deswegen muss man hier wirklich noch ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem, die Korrelation lässt langsam ein bisschen nach. Was auch interessant ist, damals bei Corona hatten wir bei Bitcoin zuerst den Crash, bevor die Aktienmärkte gefolgt sind. Das heißt, Bitcoin ist deutlich früher ein paar Tage eher eingebrochen. Hier hatten wir den Dump am 12. März. Hier hatten wir den erst so richtig 17. oder 18. Da, wo wir das Low hatten. Und da hatten wir schon längst unser Low. Das heißt, wir sind damals ein bisschen im Aktienmarkt vorausgekommen. Dieses Mal könnten wir ein bisschen nachzügeln. Deswegen weiterhin hier erstmal, dass wir den letzten Dump runterkriegen. Daily Bullish Divergence bilden, vielleicht sogar auf dem Weekly. Wirklich diesen Wig hier noch füllen, was wir auch bei den Aktienmärkten dann hatten. Also die Korrelation ist schon in dem Sinne noch ein bisschen da. Wenn wir jetzt wirklich noch diesen Dump kriegen und dann wirklich diese V-Shape oder diesen doppelten Boden dann bilden. Also Hoffnung ist, sage ich mal, noch da. Trotzdem möchte ich bei Bitcoin und vor allem bei Kryptos momentan tiefere Kurse nicht abschreiben. Auch 20k sind schon im Gespräch. Nehme ich momentan noch ein bisschen Abstand. Ist natürlich alles möglich, dass wir hier dieses Void auch nochmal auffüllen. Beziehungsweise dieses auch noch, das ist wahrscheinlicher. Dieses da unten fraglich momentan. Trotzdem so mal ein bisschen einen anderen Blick noch auf die Märkte noch ein bisschen zu bekommen. Vor allem auf die traditionellen Märkte, mal ein bisschen von Krypto wegzukommen. Ist es vielleicht nicht verkehrt, auch diese einfach mal ein bisschen anzugucken. Und danach sieht es danach aus, okay, Bitcoin könnte wirklich nochmal einen deutlichen Satz nach unten hin machen. Das ist der Grund, warum ich noch ein bisschen vorsichtiger bin. Auch bei den Altcoins warte ich einfach noch ein bisschen ab. Werde ich versuchen, demnächst einfach dieses Video noch zu machen. Was ich kaufen werde, warum ich es kaufen werde, beziehungsweise bei welchem Level ich es kaufen werde. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, wenig gemacht. Auch bei Bitcoin. Wir pendeln hier weiter um 28.800 US-Dollar. Deswegen hat es sich einfach nicht gelohnt, ein komplettes Video nur über Bitcoin jetzt wieder zu machen. Einfach weil sich viel zu wenig einfach tut. Gut, schauen wir trotzdem nochmal ganz kurz auf die kleineren Timeframes. Vier Stunden Chart. Auch hier, wir pendeln ums Early Open. Wenig Bewegung, vier Stunden E-Mail-Ribbons weiterhin Widerstand. Wir bilden Lower Lows, Lower Highs. Wenig Volumen im Markt. Wochenende CME Gap ist bei genau 28.800 US-Dollar. Aber das wird noch interessant werden, sag ich mal, übers Wochenende, beziehungsweise zum Start der neuen Woche. Montag haben die Börsen zu. Verlängert das Wochenende. Deswegen schauen wir mal. Es könnte ein sehr, sehr ruhiges Wochenende werden, so wie wir es zuletzt immer hatten, beziehungsweise seit zwei Wochen. Trotzdem riskiert nicht zu viel. Achtet ein bisschen drauf. Ansonsten schauen wir uns noch ganz kurz die News an. IOTA News. Abstimmung über 50 TI in der Firefly Wallet für alle IOTA-Hodler. Einschließlich mich, beziehungsweise habe ich kaum noch IOTA. Ich habe den größten Teil zumindest erstmal weg. Werde ich mir vielleicht dann wieder zuholen. Ansonsten, wenn euch der Artikel interessiert, Link ist unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise zu CryptoGuru. Ansonsten schaut einfach vorbei. Werde ich euch auch noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende noch. Genießt es. Morgen vielleicht, hoffentlich mit ein bisschen mehr Bewegung. Hoffen wir es einfach mal. Wünsche euch ein schönes Wochenende noch. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.